... für Tobias Schulze, da unten steht ja, gucken Sie mal, der kann das überhaupt nicht glauben. Markus. Ja, also war schon ein sehr optimistischer Bremspunkt. Der war ein bisschen unruhig geworden, der Matthias Schleppi vorher über die leichte Kuppe gefahren. Ich möchte das nicht beurteilen von hier, Burkhardt. Ich möchte es einfach nicht beurteilen. Die zwei wissen... Ich möchte es einfach nicht beurteilen.